Norddeutscher Rundfunk 2021 Verstehst du mich? Total. Hier. Gehst du dich hier und gehst du noch mal. Und verstehst du auch die dunklen Seiten vor mir? Soweit du sie verstehen kannst, wenn ich sie verstehen würde, dann wären sie nicht so dunkel. Ich probiere zumindest die dunklen Seiten zu beleuchten. Aber das ist ein künstliches Licht. Ja. Ich glaube sie da. Feuer. Wärme. Wärme. Ich meine das Licht ist... Wärme. 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 Okay. Vielen Dank.